Das System versucht mit allen Mitteln unsere Reichweite zu beschränken. Wir sollen gehindert werden, noch mehr Menschen mit unseren Informationen aufzuwecken. Wir werden auf anderen Wegen zurückschlagen. Erster Schritt, gemeinsam mit Ihnen und der Rückkehr zum guten alten Flugblatt werden wir hunderttausende Leute erreichen und mit den wichtigsten Informationen zum Schicksalsjahr 2024 versorgen. Sechs Monate haben wir im Satellitenfernsehen standgehalten, allen Widerständen und Angriffen des Systems zum Trotz. Und wir hatten im Satellitenfernsehen mit unserem Auf-1-Aufwachprogramm eine technische Reichweite von 120 Millionen Haushalten. Real hatten sich mehrere zehntausend Nutzer unseren Kanal in ihrem Fernsehgerät eingespeichert. Das System will die Reichweite unserer Aufklärungsarbeit eindämmen. Verständlich. Denn nur eine unwidersprochene, flächendeckende Propaganda kann die Menschen im Schicksalsjahr 2024 in dem Ausmaß manipulieren, wie es diese heiße Phase des Great Reset erfordert. Denn die Globalisten gehen 2024 aufs Ganze. Der Kampf gegen abweichende Meinungen wurde am Weltwirtschaftsforum in Davos zum Höhepunkt der Agenda für dieses und nächstes Jahr ausgerufen. Sie nennen es Kampf gegen Desinformation. Aber was sie wirklich meinen, ist Aufklärung und alternative Medien. Bei allen Mitteln soll diese Agenda der Zensur umgesetzt werden. Unser Sender ist das beste Beispiel. Mit aller Brutalität wird auf 1 bekämpft. Mit Klagen, Drohungen und 200.000 Euro Strafen. Der Weg über das Satellitenfernsehen wurde uns vorerst verbaut. Doch wir lassen uns nicht stoppen. Wir dürfen uns nicht stoppen lassen. Unsere Mission ist es, so viele Menschen wie möglich aufzuklären, wach zu rütteln. Denn Wissen ist die Grundlage für freie Denkprozesse und diese wiederum ermöglichen gesellschaftliche Veränderungen. Nicht umsonst lautet unser Leitspruch, freie Medien erschaffen eine freie Welt. Wir haben nun eine neue Broschüre aufgelegt. Schicksalsjahr 2024, was Sie nicht im Fernsehen sehen dürfen, aber dringend wissen müssen. Die wir zum Druckkostenpreis anbieten. Und wir bitten Sie, helfen Sie mit. Bestellen Sie jetzt die 20-seitige Broschüre im Auf1-Shop und verteilen Sie diese in Ihrem Umfeld, in der Nachbarschaft. Gehen Sie dorthin, wo die Leute zwar spüren, dass etwas nicht stimmt, aber noch nicht darüber informiert sind, was wirklich läuft und auf Sie zukommt. Wir gehen bewusst zum guten alten Flugblatt zurück. Hand verlesen. Zensur fest. In diese Broschüre haben wir die wichtigsten Themen für 2024 gepackt. Und wir klären auf, informieren über den Great Reset in all seinen Facetten. Auch bislang waren wir mit unseren kreativen und reichweitenstarken Werbeformen aufgefallen, die wir dank Ihnen umsetzen konnten. Ich erinnere nur an die Beschrifteten auf 1 LKWs, die seit Monaten auf den Straßen unterwegs sind. Oder an die sensationelle Kampagne zur Impfaufklärung in der Corona-Zeit, wo wir über 1,5 Millionen Broschüren mit Ihrer Hilfe verteilen konnten. Tausende auf 1 Zuschauer haben die Broschüren in großer Stückzahl bestellt und in ihrem Umfeld zur Verteilung gebracht. Mit solchen Maßnahmen wird jeder Einzelne zum Super-Spreader der Aufklärung. Das ist auch nun unser Ziel. Der Great Reset schreitet im Schicksalsjahr 2024 unbarmherzig voran. Die Zensur nimmt zu. Die Enteignung und Unterdrückung nimmt bedrohliche Ausmaße an. Doch wir können dagegen halten. Ja, wir müssen dagegen halten. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten mitzuhelfen. Dem System ein Schnippchen zu schlagen. Sie wählen auf unserer Shop-Seite www.auf1.shop jene passende Stückzahl aus, die Sie gut verteilen können. Oder wenn Sie selbst keine Möglichkeit haben, aktiv an der Verteilung mitzuwirken, übernehmen Sie eine Patenschaft für Personen, die die Flugblätter gerne massenhaft verteilen. Sie unterstützen mit dieser Patenschaft die kostenlose Verbreitung unserer Aufklärungsbroschüre, etwa bei Veranstaltungen oder an Menschen, die kein Einkommen haben. Bitte machen Sie mit. Denn nur, wenn wirklich viele mithelfen, können wir viele erreichen. Gemeinsam mehr, das ist unser Wahlspruch. Danke, dass Sie an dieser einmaligen Großoffensive mitwirken. Danke, dass Sie nicht einfach teilnahmslos weggucken, sondern selbst etwas tun. Denn gerade dieses Jahr könnte jeder Einzelne, der jetzt noch aufwacht, entscheidend sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Tschüss. Vielen Dank.